einen wunderschönen guten tag hier bei minecraft so da sind wir wieder es ist nur ein ganz bisschen passiert im zdf wie ihr seht habe ich da einmal alles abgehandelt gehabt und hier unten einmal zaunen drumherum gemacht weil wir vielleicht auch seht zwischendurch sind das sieht man hier jetzt sehr schlecht eigentlich da genau in der mitte der erste obere die erste obere von rechts aus gesehen melonenpflanze und auch die ich glaube dritte vierte dritte da ist eine million die vierte da und auch weitere haben hier diese beschützer einfach kaputt getrampelt weil sie darüber gegangen sind also musste ich da einen kleinen zaun rum machen genau hat natürlich dann auch einmal wieder da abgeerntet und reingetan und ja hab da hinten die dorfwohner rausgeholt wie ich gesagt hatte und die zwei beschützer und war aber mit dem pferd noch mal kurz unterwegs nur kurz ja weil ich was gucken wollte genau so sonst habe ich eigentlich nicht viel gemacht ja ich habe mein inventar aufgeräumt bisschen hin und her sortiert hier die ganze kohle jetzt rein die er noch in dem haupthaus war ja so jetzt hat sich ja nicht nicht viel verändert genau ja zack zack die sagen habe ich noch einsortiert genau da wollte ich euch in dieser fall etwas zeigen da gehen wir aber mit dem pferd hin weil das wichtig ist die nächsten folgen eventuell da bin ich mir mich noch nicht hundertprozentig sicher da bist du einmal durch wenn die dorfwohner wieder zu reiten wir mal in diese richtung wo wer glaube ich auch gekommen sind ich muss meinen auch mal noch mal was so die richtung dann angeht aber das werde ich dann erst sehen ja ich lasse das jetzt mal hier und zwar habe ich was schon vor ein paar folgen im zdf entdeckt dass ich euch ihr letztes mal schon erwähnt hatte ganz ehrlich halt ich habe auch schon in die truhe geguckt deswegen werde ich jetzt nicht schauspielern ich mag das nicht lügen und so oder so tun als ob mag ich nicht weil ich das auch bis auf einer der wirklich schauspieler auch sehr gut entdecke entdecken kann sagen wir so das ist hier drin die nehmen wir mal mit den könnten wir hier drinnen behalten gold effizienz 2 ja ich weiß nicht was man kann das kann man das kann man gut gebrauchen links kann man das nicht so mal weg nehmen da haben wir schon anfang vom netzertor so jetzt ist die frage nämlich machen wir das weiter einfach hier so ein typisches netzertor hin und machen das hier schön und dann lassen wir das ganze hier und machen das ganz woanders oder weiter tiefer oder auch unter wasser da und wie auch immer oder ich möchte eins kann machen eigentlich gerne 1 2 weiter unten ist und wenn das auch mal ganz unten zu sein leider auch in unserer mine da unten das hat er auch was da ist unser ferney fährt der schattenwind oder schatten felsch anzeln habe ich ne ist das auch bei schatten mähne weiß keine dunklen bruderschaft gibt es jemand kennt von euch So, das wollte ich euch einfach gezeigt haben. Ähm, ja. Gut. Das heißt, wichtig wäre jetzt zu überlegen, wo ich das machen will. Dann können wir auch schon mal unten. Ne, ach, hier war das falsch. Ach, die kommt rüber, eh. Ja. Genau. Darüber nämlich. Ähm. Doch, wo wir nachhandeln? Weiter handeln? Ne, da. Ne, klar. So. Hier vielleicht Steine. Ah. Ah. Und die machen das jetzt am besten. Ich glaube, ich mach mal, ich hol mal die Erze. Alle. Ah, warte. Erstmal hier. So. Ja. So. Leckeren Macchiato trinken. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Ah. Scheiß drauf. Also hier einfach Sicherheit. Teils, deswegen. Ich möchte halt gerne wieder mehr oder überhaupt mehr tauschen. Ähm. Mit den Händlern. Und dass die hier noch nichts haben. Ah, ich wollte nochmal genau. Warte mal. Warte mal. Ich brauche, ich will noch mehr. Achso. Ja. 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 Ja, eventuell. Den. Ja, und genau. Noch mehr. Davon. Noch. So. Machen wir hier heute mal mehr wieder im Dorf. Im Dorf allein. Dann machen wir hier mal eine große, ähm... Ja. Donnie gone. Ja. Boom. Zack. Ah, ich kann noch mehr, ne? Es ist doch... Zack. zack 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 jetzt erstmal an die zwei reichner so und dann wollte ich dann nochmal So, und wieder geht's zum Schlaf hier raus. Äh, was soll ich jetzt? Achso. So. Zack. Nein, das war jetzt falsch. Es wird nämlich dunkel. So. Gute Nacht. So. Danke. Ähm, mache ich das jetzt am besten. Okay. Ja. Eigentlich wäre es am besten hier, weil hier kann man schön hoch. Überlegen, überlegen. Hier mache ich das jetzt einfach. So, wie viel brauche ich denn jetzt? Ich mache ein bisschen so. Hier hin, dann den da. Dann den da. Dann den einen. Da sind nur vier dann, ne? Da kann ich den ja auch ganz normal hinstellen. Ich brauche hier ja kein Ad-Platz. as, ich bin, da, ich bin. Ich brauche hier. Ich brauche mich. Aber das ist doch nicht so. Ich brauche! Nein, ich brauche ich. Aber das ist doch nicht. Ich brauche. Ich brauche dich. Ja, das wollte ich doch nur. Schrein, oder? Zack und 36. 100, ja? Ah, sehr gut. Ja. Ach, da unten war ja auch eh Lava, ne? Bei Dingsbums, bei der... Ja. Ja. So, lass mich erst mal nicht... Hier kann ich einiges an. Und hier auch. So. Ja, ja, die dürfen ja hier hin. Genau. Oh, nur noch einer davon. Hä? Sollen wir auch mal so ein bisschen was machen? So, wo seid ihr jetzt, ihr Bauern? Da. Mal 15. Vier Stück, ne? Boom, sehr schön, Lehrling. Oh! Ja, das... Ich weiß, woran das liegt. Warte mal. Ähm... Ah, das so viele sind. Ach, wir wollten Mauern bauen, ne? Genau, wir wollten Mauern bauen. Äh... Warte mal. Oh, da kannst du Fische angeln oder so. Ja, warte doch mal. Bau, 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 bau. Ey, stopp! Kürbisse. Kürbisse. Ja, können wir auch mal machen. Ah, das geht nicht so schnell. Ähm... Wir haben auch mal, glaub ich, eher viel Geduld. Schöne Musik. Ja... Da wird kein neues Dings ergeben. Ich glaub, dann müssen wir mal mehr von dem... noch mehr... rote Beete... ja... machen. Ah, so. Da hab ich doch zu viel. Weil das weniger sind. Wir wollten ja Mauern bauen, damit ich hier dann... ein Wait starten kann. und hier zumachen vielleicht, dass nur hier ein Eingang ist, dass hier auch keine Dorfbewohner hin können. Na, wie viel brauche ich denn davon? 9, 3, 1, 6, und 3, 7, 9, also 8. Ein Gehege. So, wo bist du Dorfbewohner? Na? Ja. Ja. Der Richtige. Okay. 1. Boah, das ist schon mal viel. Das ist schon mal schön. Ähm... Buch, Buch, Buch. Ähm... Jetzt bin ich wieder überfordert. Jetzt bin ich wieder ganz viel. Zuerst war ich überlegen, was mach ich, was mach ich jetzt in der Aufnahme? Ich hatte Lust, aber ich wusste nicht was, und jetzt wieder so... so viel. So viel im Kopf. Jetzt, ne? So... So... Wollte ich jetzt so. Ich wollte aber auch... Genau. Äh... 8 und 1... Da... Gehe weiter. 1, 2, 3... Und ein... ...4... Ja, das kann man jetzt... Ach doch, da war der doch eben. So... Ja... Ich glaube, ich müsste die Tue nochmal woanders hin tun. Das wäre jetzt nicht so toll, wenn er jetzt hier so runterspringt, ne? Ja... Ja, und genau das hat er getan. Ich hab's fast gedacht. Ich muss die Tue nochmal woanders hin tun. Also einen Schritt zurück, oder zwei im Westen. Ähm... So was ärgert mich, wisst ihr? Äh... Zack. 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 Obwohl ich das jetzt hier zumachen... Nein! Ja, du sollst hier weg, genau. Oh, Wecky! Habe ich hier schon viel? Ne. Weil ich kann mal mit Dorfwohnen handeln, sodass das weniger wird, als ich im Inventar habe. Damit ich die besser... Hier ist gerade... Sehr schön. Ähm... Ja, Papier... Guck, das mehr ist eins. Was hast du hier? Waffenschmied, was hast du? Okay. Guck, Schmied. Äh... Ja. Ne. Ne, du bist... Hä? Ey, Fischer. Ey, aber wir hatten doch... Die eine mit... Was mache ich denn da hier? Ach, nö. Mit Stecker handeln wollte, oder nicht? Habe ich nicht, die eine mit Steckern handeln wollte? Jetzt habe ich so viel Stecker gemacht, ey. Dann habe ich das verwechselt, ne? Ne. Wer will denn mit Stecker handeln? Alter. Da. Doch. Ich habe doch richtig im Kopf gehabt. Wollen Sie mal. Hier, diese Person, die hier, der Pfeilmacher. Niemand da. Kommt die Person denn noch? Hm. Da. Kann ich das nicht machen? Das kann ich das nicht machen. Das kann ich das nicht machen. Okay. Hm, 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 hm. Wo schläft denn der Pfeilmacher? Wo schläft denn der Pfeilmacher? Ne, das ist der... Da! Ich wusste es doch. Ah, ziemlich teuer, ne? Ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich hoffe, ich schaffe das. Ein Bogen. Mit 26. Den werde ich erst mal machen, wenn vier Bücher und so. Gut, dann werde ich das hier einmal machen. Der Metzger muss bringe dem ein Oh, das ist ein Horror. Auch einfach mal. So. Ah, kann ich mehrere Sachen nehmen? Das ist doch schon mal positiv. Kann ja hier mal die... Wer ist das nochmal? Guck mal hier. Nicht abhauen. Ah, Metzger, okay. Brauche ich erst mal nicht. Zack, 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 zack. Die brauche ich ja auch erst mal nicht. Steinhacke, doch. Die werde ich sehr wahrscheinlich brauchen. Ist das raus? Nein. Komm mal mit. Kann sie mitkommen. Nicht kaputt gegangen. Okay, komm mit. Schieb dich jetzt raus. Du sollst hier raus. Ja, komm. Raus, da links. Nein. Hätte ich eine Leine, würde ich dich mitnehmen. Aber ich habe hier leider keine. Da links. Komm schon. Renne dich um. Er guckt nicht zu mir. Guck anderer Seite. Ja, gleich... Vielleicht kommt der nächste hier rein. Nein. So. Gleich habe ich dich. Gleich habe ich dich. Gleich habe ich dich. Ich habe dich. Sehr gut. Damit man hier nicht reingehen kann. Äh, rein plumpsen kann. Also die großen da, die da. Da, da, da. Muss ich das Ganze... Ich mache die einfach hier unten rein. So. Genau. Zack, zack. Boom. Boom. Nein, aber da nur halt, gehen die halt tiefer. So. Könnt ihr mir das nicht kaputt machen. Ja, gut. Kann diese... Folge... Äh... Gemüse retten, nennen. Mhm. So. Also Kürbisse da noch. So, und hier noch den nach. So, gut. Das schon mal geschafft. Ähm. Ich glaube, da brauche ich. Und hier, die da. Ja, kommt hier wieder rein. So. Ich wollte jetzt, äh, Leder machen lassen. Leder machen. Ich brauche dazu aber auch hier, äh, genau. Ja. Achso, neun brauche ich. So. Und Leder haben wir, glaube ich, hier, ne? Das kann ich in die Truhe. Die habe ich mich auch... Auch gemacht. Ähm. So. Ähm. Hier, genau. Hier habe ich eine Truhe gemacht. Und auch zwei entfernen. Und da ist trotzdem mal einer hin. Ist er gespawnt? Wie kommt der da rein? Kann der eineinhalb hoch springen? Ernsthaft jetzt? Das ärgert mich. Das, nein, das, ja, doch, ist, ne, der, es geht hier, ne? Der kann zwei rüber. Ja. Wahrscheinlich. Deswegen habe ich hier jetzt auch zwei reingemacht. Genau. So. Genau, und die Leder, da brauchen wir drei von... So. Und ich brauche Steinen für eine Schaufel. Einer. Erstmal. Und ich habe natürlich kein... Brauche ich die jetzt reingetan. Ich habe die reingetan. Brauche ich nochmal die... Stecker reingetan. Auf beiden Dings, ne? Bei dem... Ich mag die hier. Ja. Ja. So. Zack, zack. Erstmal eine Schaufel. Das ist dann einfacher. Für mich... Äh, ja. Zack. Zack. Und zack. Zack. Und zack. Ein erst mal, ne? Ja. Ich müsste dann auch, glaube ich, noch einen... Den würde ich nochmal machen. Genau. Der kann nochmal... Ach, Rüstung. Genau. Rüstung. Haben wir drei und einen Ofen? Haben wir aber sogar hier. Dann nehme ich den auch erst mal. Und fünf davon und drei. Er wird dann das... Rüstung. Ständer, ne? Ehm. Was ist da? Ich da. Hä? Glatter Steiner. Hatte ich nicht schon mal einen glatten Stein gehabt? Habe ich noch keinen glatten Stein gehabt? Hier meine ich es. Nee, okay. Können wir jetzt mal glatten Stein hier machen? Und zwar hier wieder mit einem Ja, hi, hi. Zack. Und zack. Und dann werde ich hier einen Lava holen. Die haben wir ja unten gehabt. Die hole ich mal eben schnell. Ey, die Folgen gehen immer so schnell um, ey. Eigentlich wollte ich jetzt doch viel mehr machen. Aber ich freue schon wieder um, ey. Geht echt flottig um, ey. Heute habe ich wieder das Gefühl, ich habe nichts geschaffen. So. Steuerung. Zack an. Damit ich gleich nur noch W drücken muss, um wieder hoch zu kommen. Hier muss ich mal Treppen bauen. Ja, das kann ich, glaube ich, im ZDF. Da brauche ich euch nicht bei, ne? Da ist Lava zu hören. Aber hier ist ja auch unten Lava, ne? Nehm ich doch mal da. Da ist sehr schön. Aber jetzt brauche ich mich nur noch W zu drücken. Geht das schneller, wenn ich mit Tastatur klick oder ohne? Äh, das ist gleich schnell. Okay. Ein Schlück hin Kaffee. Da ist Leifstein, muss ich noch mal gucken. Ah, das sind die sind die, ja. Ah, hier liegt da wieder einer. Ey, wo bist du? Geistlicher. Ja, äh. Okay. So, einmal schnell. Er ist ein Bauer. Okay. Hier, der hat noch nichts. Okay. Der könnte dann gleich den anderen haben. Genau. Schönen wir eben schnell. Wollt ihr dabei sein, wenn ich ganz viel Kohle hole oder nicht? Ich glaube, es ist langweilig, ne? So. Drei Steine kann ich wieder zupfen. So. Aber ich kann ja ähm den schon mal machen. Wo haben wir ihn? Ne, was fehlt denn? Ach so. 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 Wo könnten wir den anderen hin tun? Vorleser. Vielleicht den tue ich dann hier nochmal hin, ne? Was haben wir hier? Ah, hier haben wir den Schleifstein. Okay. Hier haben wir den Kattentisch. Cool. Haben wir ja auch nicht nur so viele, die leer sind, ne? Die noch die noch sagen wir schon was. Das Haus hat da schon was? Ich dachte, das hat schon was, ne? Ja. Ja. Das Haus hat das ja, das hat den Ofen. Das ist das unser. Der hat den Ofen. Der hat auch schon Dings. Ich glaube, das hat auch schon das nicht, ne? Das soll den anderen Ofen bekommen. Auch und den ich hätte gerne noch irgendwie der hier. Ja. Dann werde ich vielleicht auch noch mal Häuser bauen. Doppelhäuser. Doppelhaus helfen. Genau. So. Der hier. Was hatte der jetzt? Hab ich da eigentlich schon schon... Ach, der. Sehr cool. Oh ja. Waffenschmied. Äh, ja. Schwert 16. Ah, ich wollte genau. Ja, ich will so so ein Dings provozieren dann mal. Äh, aber erst mal eine Mauer bauen. Ähm, haben wir hier, haben wir hier, haben wir... Ach ja. Da war ich ja lange nicht mehr. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. All die Jahre. Wollte ich ja vermehren. Erst können wir uns erholen, wenn wir dann einen Durchgang im Nether-Tour haben. Erst muss ich irgendwo anders hinbringen. Oh, wo ich da mehr drauf achte. hier. Ja. Es nervt das mir jetzt, wenn ich das wieder ausmache, das automatische Springen. Genau, dann können wir noch mal zu den Bienen hin. Ja, es sind auch wieder vier Stück, da war ich ganz kurz mal. da kommt keiner mal rein, ne? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ach, da können wir auch gleich nochmal... Die drei müssten jetzt fertig sein. Hopp. Hier Natur. ich brauche nur 19.3 und dann zack. Und der kommt jetzt dort hinein. so, bumm. Jetzt kommen wir einmal zu den Bienen und dann ist auch vorbei. 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 dieser gibt es immer noch welche, die keinen Job haben, die arbeitslos sind. Ah, ich habe meine Schere nicht dabei. Ich hole die mal eben. Verdammt. So was nervt mich dann immer. 16 Dinger habe ich hier noch. Hier habe ich jetzt nicht mehr in unserem Haus da, sondern da. Taki, Taki, Bum, Basti. Gut, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann, ja, eine schöne Länge wieder, wie eine normale Serienfolge. So, jetzt müssen wir noch eine zweite Biene kommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, mit Frau, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier bei Minecraft. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020